Sailor Moon German Im Namen des Mondes informieren wir euch. Selbst die schönste Blume muss verderben, wenn man sie mit einem kalten Herzen behandelt. Doch ihr Sailor Moon Fans haltet mir schon seit 20 Jahren die Treue. Für euch habe ich eine Rose. Hallo, ich bin Dominik Auer und ihr kennt mich als die zweite deutsche Stimme von Taxido Mask. Auf der Animagic in Bonn laden Kase Deutschland und Sailor Moon German dazu ein, das 20-jährige Jubiläum von Sailor Moon im deutschsprachigen Raum zu feiern. Auch ich werde an dieser Feier teilnehmen und freue mich auf euer Kommen. Alle Informationen zum Sailor Moon Programm findet ihr unter anderem auf sailormoongerman.com und in der Videobeschreibung.